Hallo und herzlich willkommen hier zu dem zweiten, nee, dritten Video von der Online-Serie und ihr seht, dass sich einiges getan hat. Ich bin Prestige 3, Level 38. Bei dem letzten Video war ich Prestige 51, also Prestige 1, Level 51 oder so, bin mir nicht sicher. Die KD hat sich auch ein bisschen was getan. Eine 1,30er aufgerundet und die Skah und so habe ich jetzt auch schon alles aufgeholt, seht ihr hier. Und ja, ich habe jetzt erstmal ein paar Wochen nicht mehr Videos gemacht, aber das ist wegen der Schule und so, aber jetzt habe ich erstmal ein bisschen mehr Zeit und wir starten mit einem Rundchen Team Deathmatch, genau. Hoffentlich sind es jetzt nicht so eine Upfucker da drin, aber kann natürlich alles sein, ne? Mal schön leise stellen alles. Okay. So. Und ich verpisse mich mal gleich, weil auf Carrier ist so, nee, lass mal, muss ich nicht, muss nicht so unbedingt sein. Welcher mal springen wir auf? Ach, sieh, meine Ahnung, schon wieder ein Lübton. Das läuft ja wie am Schmierchen. Am Schmierchen, genau. Okay, ähm, heute will ich einfach nur mal so ein bisschen reden über Colorstück, jetzt waren es Wofa. Oh gut. Ob ihr euch das kaufen werdet oder nicht, also ich werde es mir auf jeden Fall holen. Also das ist schon mal, so schmal fast, gut. Also ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ähm, ich finde nämlich, ich finde es nämlich eigentlich ganz geil. Also was ich jetzt bis jetzt von den Tour of the Party-Funds so gesehen habe. Oh Gott, Hilfe. Aim. Ähm. Okay. Wer liegt da? Tu? Oh fuck. Kommt der raus? Die ARN natürlich auch auf Gold. Ist mal kein richtiger Schwitzer. Nein, kacke. Okay. Ja, ich habe ja schon viele Gameplays und so gesehen und die Exoskelette, ich bin mir nicht so, ob das so ein guter Trend ist, also die Special Effects und so. Bin ich mir nicht ganz sicher, weil die meisten Quickscoper werden dann nur noch da spielen, also in dem ohne Exoskeletten Mod oder Modi. Und das finde ich dann geil, weil da kann man wissen, dann weiß man, dass man nicht gegen, ähm, das Quickscoper spielt. Oh fuck. Guck mal, das verstehe ich nicht. Wieso spawnen die denn da? Egal. Okay. Kommt. Okay, jetzt weiß ich, ich weiß nicht, wie ich den gekriegt habe, aber ich... Na, nehme ich nicht. Oh, wo ist meine, wo ist mein Skaha? Da. Egal, welche ist meine Runde mit der, mit der FAL zu tun? Mag ich eigentlich nicht, ne? Also die ist OP, das weiß man, ne, aber bin mir nicht so sicher. Aber auf jeden Fall, die Quickscoper werden dann nur in dem anderen Modi spielen, ohne Exoskelette. Das ist schon mal geil. Dann weiß man, ah, da sind nicht so viele Quickscoper, außer die, die wirklich gut sind, also richtig gut. Der kennt jemand, glaube ich, ne? Wupp. Jo. Und den habe ich mal. Kommt, ist da noch jemand? Nein, ist da. Wie? Okay. Dazu sage ich nichts. Also ich will ja mindestens hier einen Blödschlag kriegen, ne? Also das ist schon mal klar. Ich freue mich schon, wenn ich wieder, ähm... Oh mein Gott. Oh Gott, also jetzt, jetzt reicht es mal hier mit dem Crash. Der regt auf. Egal. Wer fand ich das gut und... Wer, äh, würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie geht das so viel mit dem Spiel? Oh mein Gott. Okay. Guck, wo sind die? Hoffentlich, ich muss auf die Nightwarner aufpassen. Aber ich habe jetzt keinen Bock, wegen denen zu sterben. Komm mal. Okay. Nein. Schade. Egal. Okay. Vielleicht werde ich mal nächste Runde... Oh, ist ja schon zu Ende. Na, komm, also das ist jetzt... Ne, ne, da spielt eine Runde. Da spiele ich noch eine kleine Rundchen. So, naja, 9 zu 6. Nicht gerade Glanzleistung, aber... Na, ja. So. Ähm... Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie... Na, guck mal, da sind ja nur Level 25, Level 3 drin, ey. Puh. Na, naja, okay. Dann werde ich noch eine Runde spielen. Und, ja. Ich werde in jeden Fall noch eine Runde spielen. Ja, nochmal natürlich. Jukton, Jukton ist meine absolute Lieblingsmacht. Wenn ihr wollt, dass ich mal snipe, dann schreibt mir das in die Kommentare. Und dann werde ich auch in der Runde nur mal snipen. Ähm... Ich werde es jetzt direkt sogar mal tun, aber ich glaube nicht. Ne. Da kommen wir mal Schalli rauf. Und hier mache ich mal... Weil Scheidämpfer mag ihr auf der Waffe richtig. Die ist eigentlich richtig gern mit Scheidämpfer, aber irgendwie... Ich werde mal den Gold zocken. So. Jo. Jo. Also auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch Call of Duty 1 2 verkauft. Ja. Und wieso? Weil ich finde es auf jeden Fall richtig geil, das Spiel. Ich mag das und... Ich hoffe, ihr holt euch das. Also, ja. So. So, jetzt kommt Jukton nochmal. So. Ich... Ich... Ich weiß nicht. Komm, eine Runde. Wenn ich scheiße damit bin, dann spiele ich wieder mit der normalen Waffen. Und ich habe keinen Scuff. Also, wenn wer... Jemand hat mich dann mal nämlich gefragt über Twitter. Im Twitter-Account habe ich... Ja, aber eigentlich nur über Freunde. Und das ist ein Freund von mir, der mein Abonnent... Also, ich habe noch einen Abonnenten und so, aber... Jo. Jo. Ich bin jetzt erst mal richtiger Tryhard. Ich will nicht campen, aber... Mal reiß' kurz hier rum. Oh, fuck. Also, ihr seht, ich bin nicht gerade schlecht, aber... Ich spiele nicht auch ganz oft. Oh, warte mal, wo's denn da... Oh, nein. Okay, ich schaffe sogar mit einer Sniper eine Drohne, aber nicht mit einer anderen Waffe. Wie meine Ahnung. Woran liegt das wohl? Oh, mein Gott. Egal. Okay, ich spiele wieder richtig. Campo. Also... Ich verstehe es nicht. Kloppschocken? Hä? Jo, wo, 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 hä? Ja, okay. Also, Augen fehlen mir. Oh, Junge. Ey, das ist doch so lächerlich. Lächerlich. Wer das bohr... Verpiss dich, ey. Ja, natürlich, nachladen. Oh, mein Herr, es kommt mit Scorpion-Nivo, ne? Scorpion-Nivo, du Liebling von mir, ey. Egal. Da, glaub ich, da oben kämpfen, ey. Auf die Beine. Wo? Wo zum... Ey, dieser, dieser... Boom, ne? Der, der wird's richtig, alter. Richtiger Tryhard, ey. Meine Fresse nervt der. Egal. Ich werde es probieren. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja, 100er Prezi... Fuck, weg da. Oh, er spielt mit XPR. Nice. Gerade läuft's. Ganz so glücklich. Ja. Oh, Junge, ey. Der Junge, er sprayt einfach. Die mit LMG, ne? Ich schock auch gleich mit LMG, ey. Die machen's richtig hart. Egal. Vielleicht werde ich mal nächstes Mal Go... Nein, doch nicht. Also Go's werde ich auf jeden Fall nicht bringen. Woop. Ja. Jo. Egal. Ich krieg sogar noch einen. Oh, meine Fresse. Ich werde mal mit der einfach mal so zocken, weil ich Bock hab. Mann, Junge. Ja. Connection, wo bist du? Irgendwie, die Empfindlichkeit ist irgendwie ein bisschen zu hoch. Guck mal, die ist richtig krass. Was? Die wollen's nicht anders. Die wollen's einfach nicht anders. Bitte nicht haten, aber... Die sind... Äh, so eine Try-Harder, ne? Oh. Guck mal, was wollen wir? Okay. Wo? Wo spawn ich? Ich... Egal. Nee, ich bin nicht so ein Abfucker. Ich hab gar keinen Bock. Beim doppelten XP-Wochenende hab ich immer gerne mit Elsap gespielt. Die mit der Scorpion Evo, ne? Der... Naja. Der... Ja. Hm. Der fuckt mich ein bisschen ab. Ja, Konterdrohne leckt mich doch. Ja, gut. Ich bin ja geschaffen. Friere los. Abgeschossen. Ja. Ey, er mit der Scorpion Evo, ne? Ey, er spawnt da. Ja. Geiler Spawn. Ich mag Spawns. Okay, eine Skara verliebt gegen eine Vector, aber ich hab... Ich hab so, ja, 100er Pilsen. Egal. 100er nicht, aber... Okay. Ähm... Das war der... Das war der Part von... Heute? Ähm... Bewertungen, kommentieren. Ich hab vergessen und... Ja, haut da rein. Schön mit Öl und... Ähm... Ey, es ist so behindert, dieser Spawn. Ich verstehe es nicht. Aber was soll man machen, ne? Jo. Dann ciao. Ich hab 2018 sowas von schlecht. Aber... Nächstes Mal, wenn ich vielleicht mal eine Runde Herrschaft bringe. Oder mal Hardcore, wie ihr wollt, schreibt uns in die Kommentare. Okay, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.